Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heutzutage erfassen Satelliten fast alles, was hier unten auf der Erde passiert. Voll Windgeschwindigkeiten über dem Nordatlantik bis zum Einsatz von Zwischenfrüchten irgendwo in Deutschland. Satelliten können dir mehr dazu erzählen. Auf diese Weise erzeugen sie ein globales Bild, bestehend aus sehr vielen lokalen Einzelheiten. Damit revolutionieren sie, fast unbemerkt, unser Bild von unserem Planeten. Wir können uns heute beinahe in Echtzeit jeden beliebigen Punkt unserer Erde ansehen, Wetterdaten abrufen oder lokale Katastrophen betrachten. Erzeugt dieses globale Informationsnetz auch ein globales Bewusstsein? Ein Bewusstsein der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit? Diese Frage ist zu groß für dieses Video. Hier soll es nur darum gehen, auf welche Weise Satelliten diese Fülle an Daten erzeugen. Die Basisbeobachtungsmethode für Satelliten ist dabei die Fotografie. Hier ein Bild der Nordsee des Copernicus-Sentinel-Programms als Beispiel. Wie bei diesem Bild beruht die Informationsbeschaffung durch Satelliten ganz generell im Wesentlichen auf elektromagnetischer Strahlung, dem sichtbaren Licht und dem Mikrowellenbereich. Die Verwendung dieser beiden Strahlungstypen geht aber weit über die Fotografie hinaus. Um das zu verstehen, müssen wir uns im ersten Teil des Videos ganz allgemein mit den Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung befassen. Beginnen wir zunächst mit ganz normalen Fotos, wie diesem Satellitenbild hier von der Nordsee. Wie kommt eine solche Aufnahme zustande? Ganz einfach. Lichtstrahlen von der Sonne werden von der Erdoberfläche zurückgeworfen und von der Kamera des Satelliten aufgefangen. So entsteht eine ganz normale Fotografie. Für alles weitere müssen wir uns ein wenig näher mit der Natur des Lichts beschäftigen. Was ist Licht? Licht ist eine elektromagnetische Welle, das heißt es sind gekoppelte Schwingungen des elektrischen und magnetischen Feldes, die sich im Raum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Mit der Frequenz des Lichts geben wir dabei an, wie oft diese Schwingung innerhalb einer Sekunde stattfindet. Die Wellenlänge sagt hingegen, welchen Weg das Licht innerhalb einer solchen Schwingung zurücklegen kann. Je schneller die Schwingung, je größer die Frequenz, umso kleiner ist dann entsprechend die Wellenlänge. Und umgekehrt, also je kleiner die Frequenz, umso größer ist die Wellenlänge. Beispiele für elektromagnetische Wellen mit sehr kurzer Wellenlänge wären die Röntgenstrahlung und die Gamma-Strahlung. Beispiele für elektromagnetische Wellen mit sehr langer Wellenlänge sind Radiowellen. Wo liegt zwischen diesen beiden Extremen das sichtbare Licht? Hier habe ich den ganzen Bereich der elektromagnetischen Strahlung dargestellt, von den sehr kurzwelligen Gamma-Strahlen bis zu den sehr langwelligen Radiowellen. Die Skala ist logarithmisch. 10 hoch minus 12 Meter entspricht einem Pikometer, das ist kleiner als der Durchmesser eines Wasserstoffatoms, und 10 hoch 3 Meter ist 1000 Meter oder 1 Kilometer Länge für die Wellenlänge. Das sichtbare Licht entspricht hier nur einem sehr kleinen Bereich, etwa in der Mitte der Skala. Wir können also nur diesen kleinen Ausschnitt der elektromagnetischen Strahlung tatsächlich mit unseren eigenen Augen sehen. Und wie ihr auch seht, entsprechen die verschiedenen Farben etwas unterschiedlichen Wellenlängen. Blaues Licht hat etwas kürzere Wellenlängen als rotes Licht. Welchen dieser Wellenlängenbereiche nutzen nun Satelliten für ihre Aufnahmen? Neben dem sichtbaren Licht benutzen Satelliten manchmal auch den Infrarotbereich, das ist die Wärmestrahlung, sowie im Mikrowellenbereich. Hier haben wir Wellenlängen im Millimeter- oder Zentimeterbereich. Und warum nehmen dem sichtbaren Licht ausgerechnet Mikrowellen? Mikrowellen können etwas, was sichtbares Licht nicht kann. Sie können durch Wolken sehen. Während sichtbares Licht von Wolken zurückgeworfen wird, ist das bei Mikrowellen nicht der Fall. Mikrowellen durchdringen die Wolken und können so auch bei bedecktem Himmel Details am Boden erkennen. Mikrowellen werden allerdings von Regentropfen zurückgeworfen. Und so kann man Mikrowellenstrahlung auch verwenden, um zum Regenradar zu kommen. Jetzt haben wir uns die wichtigsten Grundlagen an. Die elektromagnetische Strahlung und ihre Eigenschaften. Es sind Schwingungen, die sich im Raum ausbreiten, und ihre wichtigsten Eigenschaften sind Frequenz bzw. Wellenlänge. Abhängig von dieser Wellenlänge gibt es ganz unterschiedliche Strahlungsarten. Es gibt die sehr kurzwellige Gamma-Strahlung und Röntgenstrahlung. Darauf folgt der längerwellige Bereich Sichtbahnlicht, dann die Infrarotstrahlung, die Mikrowellen und schließlich die sehr langwelligen Radiowellen. Satelliten verwenden für ihre Messungen vor allem den Sichtbahnbereich und die Mikrowellen. Aber wie nutzen Satelliten nun diese Strahlung? Machen Sie einfach nur Bilder mit sichtbarem Licht oder mit Mikrowellen? Das heißt einmal mit, einmal ohne Wolken? Natürlich nicht. Im restlichen Teil des Videos schauen wir uns genauer an, welche Informationen die Satelliten aus Lichtstrahlen und Mikrowellen ziehen können. Unterne Satelliten erzeugen die Strahlung, die sie später messen werden, oft selbst. Und schicken sie in kurzen Pulsen, oft viele hundert pro Sekunde, zur Erde. Zum Beginn unserer Betrachtung nehmen wir einmal an, der Satellit könnte von der zurückgeworfenen Strahlung nur die Intensität messen. Dann würden wir zu Schwarz-Weiß-Bildern gelangen. Um zu Farben zu gelangen, muss der Satellit unterschiedliche Wellenlängenbereiche getrennt voneinander erfassen. Dann kommen wir zu Farbbildern. Und diese Farbbilder enthalten bereits wesentlich mehr Informationen als die Schwarz-Weiß-Bilder. Wenn wir zum Beispiel hier die Schlieren in der Nordsee uns ansehen, dann sind dies ganz klar Hinweise auf Algenblüten, die im Meer stattfinden. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild zuvor hätten das auch einfach Wolkenfetzen sein können. Neben der Intensität und der Farbe der zurückgeworfenen Strahlung enthält auch die Form der Wellenpakete eine wichtige Information, und zwar über die Rauigkeit der Oberfläche, von der die Strahlung zurückgeworfen wurde. Wälder zum Beispiel ergeben wesentlich unregelmäßigere Wellenpakete als etwa Wiesen oder Ackerland. Über dem Meer entsprechend ist rauer Seegarn wesentlich, er gibt wesentlich unregelmäßigere Wellenpakete als eine flache See, und damit kann auch die Windgeschwindigkeit erfasst werden. Den Doppler-Effekt kennt ihr alle von der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Bewegt sich ein Auto auf die Kamera zu, dann sinkt die Wellenlänge der verwendeten Strahlung, und zwar umso mehr, je schneller das Auto ist. In der Atmosphäre geht es natürlich nicht um die Geschwindigkeitsmessung von Autos, sondern von Wolken und damit wiederum um Windgeschwindigkeit. Schließlich und endlich kann der Satellit auch sehr genau messen, wie viel Zeit die von ihm verwendete Strahlung braucht, um zur Erde zu gelangen und wieder zurückgeworfen zu werden. Aus dieser Laufzeit ergeben sich sehr genaue Abstände zwischen Satellit und Erde und daraus wiederum sehr genaue Höhenkarten. Solche Höhenkarten kann man zum Beispiel verwenden, um alte Römerkastelle oder alte Siedlungen zu finden. Hier habe ich als Beispiel einmal ein Höhenmodell von Island dargestellt. Elektromagnetische Strahlung enthält also jede Menge Informationen. Intensität und Wellenlänge der zurückgeworfenen Strahlung verraten viel über die beobachteten Flächen. Das Verrauschen der Wellenpakete entspricht der Rauigkeit der Oberflächen. Die Laufzeit der Signale ergibt das genaue Höhenprofil und der Doppler-Effekt erlaubt die Gemessung von Geschwindigkeiten. Nachdem ich euch hier diese Messprinzipien kurz vorgestellt habe, werde ich im nächsten Video etwas konkreter. Dann stelle ich euch praktische Anwendungen dieser Messmöglichkeiten vor. Bis dahin.